Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf HoltzenMap! Guck mal, ich hätte doch noch ein bisschen weiter rausschuppen können, ne? Ja, ist egal. Ist jetzt erledigt. Abfahren mit dem Weidemann zu hoffen, ne? Und dann, äh, eben install. Zum dicken. Und dann können wir dann hinterher auch Gulle fahren und so. Ja, 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 ja. Wisst ihr was? Ich glaube, wir tun unsere Presse, obwohl die können wir noch vor Heu nehmen, ne? Aber den Ballentwickler, den verkaufen die, glaube ich. Das ist, glaube ich, angenehmer. Ja, ja, machen wir gleich. Wir haben ja die Ultima. Das reicht uns. Unsere können wir noch zum Heu pressen nehmen. Und sonst haben wir ja unten im Tor. Und der kann ja jetzt hier rein, ne? Oh, merk. So, ich habe gesagt, wir verkaufen unseren Ballentwickler, ne? Der stört auch nur. Der ist nicht so schickifrein, ne? Der ist nicht so schickifrein, ne? Der ist nicht so schickifrein, ne? Wir haben Hühner und immer noch nicht, ne? Wir sollen wir noch behalten? Nee. Verkaufen mal. Wir brauchen noch Geld. So, ab install, habe ich gesagt, ne? Hier hin. Mach mal an den Hubel. Mach mal mal hart aus. Oh, geht nicht mit hart ausmachen. Boah, ist es warm. Wir können auch Heelung formen, oder? Boah. 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 Jetzt vergesse ich das wieder. Ah. Ich denke immer, ich bin... Sag mal schnell. Ein 22er. Guck mal vorne hier lang. Panorama runter in dem Dicken. Hä? Der ist auch genial, der Hubel, wa? Der läuft. Dann können wir jetzt die Ultima zum Quälen bringen. Autos hoch. Boah, der ist herrlich, der Schlipper, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Richtig premium. Bruder. Jetzt haben wir jetzt mein Ventilator gar nicht. Nee. Da kommt nix an. Die fahren mal nicht so schnell, Sunny. Mal gucken, wie viel Kompass wir haben, ne? Sonst können wir schon mal ein bisschen Kompass verklappern. Was ist jetzt los? Gehen wir in die Knie, oder was? Was war da denn? Da war eine Bugenerhebung, hast du gesehen? Oh, nicht auf Gast reden hier in Woll, ne? Wie wenigstens Kohlenmonoxid verorbertet. Und Dioxyd achte irgendwie irgendwas mit Kohlendienst bei uns. Ja, unsere Weizenfälle, ne? Ja, unsere Weizenfälle, ne? Ja, dann sind wir ja auch gleich schon door. Dann läuft hier wie geschnitten Brutti. Oh, guck mal nach vorne. Oh, ne? Oh, ein schicker Shoppen da hinten, ne? Das ist ein echter Nachbindefond. Nicht so knapp. Die müssen wir auch büllen. Für den Nachbarn, ne? Ja. Hier machen wir so ein bisschen Lohn immer zwischendurch, ne? Ist ganz cool. Das geht wohl. Unsere Kälber. Die werden das, glaub ich, oben reinfahren, ne? Da haben wir angefangen zu schworgen, ne? Dann machen wir hier ein paar Silage rein. Oh, da ist wieder gar nicht knapp da dran zu kommen, ne? Das wird hier aufklappen. Oh, ich vergesse es. Oh, ich vergesse es immer wieder, ne? haunted bei H Boysen. Schon mal nicht. Ja. Oh, ja. Das ist jetzt mal. Oh, ich verwere mich. Oh, ich verwere mich, das mal zu Niceien. Oh. langsam los vorne das weiß ich nicht, ob man das für eine ballengröße macht ne? 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 zum Schluss kannst du mit Ultima nicht mehr so schnell fahren, ne? mal regen, los mal schnell richt ihr die automatischer? ja, perfekt Und wir machen 1,3, ja. Okay. Weiß nicht schlimm. Komm, man besser füttern. Läuft, echt. Oh, der Räucher. Schön, oder? Jetzt sagt man mal ganz ehrlich, das sind doch noch schöne Bilder aus dem LX-17. Ich mach das total leiden. Premium. Weil Billiges haben wir schon. Kommt ja ein bisschen was zusammen. Muss auch. Brauchen wir das ja auch. Können wir die nachher nämlich schön wegstorpeln? Ich glaub, die holen wir zum Hof, oder? Weiß ich auch noch nicht. Ah, diese Map macht einfach Spaß, ne? Auch wenn man sie viel zu selten spielt. Aber diese Map macht Spaß. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Vor allem läuft mir die Suppe im Kopf runter. Ha, ha, ha. Herrlich, ey. Nicht normal. Ich weiß gar nicht, hab ich automatisch genommen, oder muss ich alles manuellen abfällen? Ich hab' jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich hab' jetzt grad schon wieder schickt gefordert. Ich hab' jetzt grad' schon wieder schickt gefordert. Hier war das auch, drei Tage, ne? Das ist so, dass die Lage geboren war, drei Tage, ne? Meine Wohle. Ich hab' jetzt halt'n Track, wo du so sitzt. Oh, das siehst du da. Wo du so sitzt jetzt. Aufpassen, dass wir da nie einen Schmatt ablegen, ne? Deswegen hab' ich an der Ehrenrunde gedreht. Ah, ist hellig, der läuft. Kannst hier nix dran meckern. Wenn man vorsteht, kannst du meckern, aber sonst läuft hier. Ich hab' jetzt mal wieder schickt. So, so. Machen wir nicht mehr. Oh. kann man wissen warum der hund unten so berlin muss gerne runter gucken ich würde dort ist schon wieder so eine scheiße das fliege hier kann es nicht sein sie sind es ja auch schlimm was und was Premium Nehmen wir auf jeden Fall schon mal echt ein bisschen Silage, ne? Für unsere Kälber haben wir das Silo hinten dann. Für den Kuhstall haben wir hier. Ist gar nicht so schlecht. Muss ich mir ganz ehrlich sagen. Können wir dann schön wegholen? Können wir Zeit haben? Ja. Können wir wahrscheinlich mal diesen Ingram-Turm machen. Da wollen wir noch ein bisschen Gülle fahren, ne? So ist der Plan. Eben. Ey, ich finde da gar nicht so einen schlechten Ertrag gegeben, ey. Dafür, dass wir so früh gemäht haben, ist er richtig fort zusammengekommen, ey. Ganz ehrlich. Wohnt sich. Muss man ganz ehrlich sagen. Herzlich, ey. Ingenieurzeit. Vier Minuten noch neun. Ja. Können wir die Zeit demnächst auch wieder herstellen, ne? Vier Minuten noch sieben. Vier Minuten noch neun. Vier Minuten noch sieben steht da. Das passt. Aber, liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen. Michael, ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nix mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.